Yo, yo, yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem BrotNation Kanal. Ja, ich habe ganz vergessen ein Intro aufzunehmen und ich werde auch in dem Video allgemein nicht sehr viel erzählen. Das wird sehr viel mit Fahren zu tun haben. Wir waren das erste Mal in einem Kieswerk unterwegs, der gute Ali hat uns eingeladen. Heute kommt einfach mein chilliges Video, ich lerne extrem viel dazu. Ich hoffe, euch gefallen solche Videos genauso. Also, ich hatte extrem viel Spaß und das wird auf jeden Fall nicht das letzte gewesen sein. Deswegen viel Spaß mit dem Video und ab geht's. Alter, ist das geil, ey. Hier ist der ultra fett. Boah, der kann schon gut fahren. Servus. 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 Schaffen wir das mit unserer Bereifung? Das letzte Mal, wo ich hier war, war alles. Heioho. Geil. Also, da kommst du eigentlich hoch mit Cesslis oben und da drüben kommst du auch hoch. Magst du mal vorzeigen? Mir wird es wahrscheinlich richtig ausfallen. Ich bin auch schon so lange nicht mehr klar und ich bin ein richtiger Larry geworden. Okay, bin ich gespannt. Okay, er macht das eigentlich gerade schon gechillt. Easy. Probier mal gleich mal. Auf ganz entspannend. Gerne, oder? Oh, Alter. Boah. Oh! Alter. Boah. Okay, man, kommt rein. Ohh, der war gut. Marco, willst du nicht fahren oder wie? Jetzt können wir noch ein paar Minuten. Hier sind wir noch ein paar Minuten. aber macht echt bock man kommt so ein bisschen nach und nach rein so ein gefühl ich habe das ja noch nie gemacht davor das fährt jetzt noch nicht runter oder? oh scheiße was für ein Squirt man hoi, hoi, hoi der Schaft, Alter das macht er jetzt auf das Dach? das dürfte eigentlich nicht so steil sein also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht schaffe ich weiß es nicht wie muss man denn da tun, sich die Schönheit vorlegen? oder wie? wie soll ich sagen? fährst drauf zu dann kurz davor gehst du einfach richtig Gas was zum Teufel ist ja gestört ich probier es erstmal bei dem kleinen hier einfach mal testen den Effekt mal an ja, safe boah, geschafft Junge hoch weit auch weit hier hoch recht pied Okay. der kommt bei dir das vorderrad auch so ein bisschen immer am schwanken und so am anfang ist normal ich muss ich probiere das mal noch im zweiten und dann schaue ich mal das muss ich mal erinnern was macht gleich am dritten bist du sicher ist schon chillig wenn man es schafft bei dem dritten geht die ja geht die noch mal viel anders ab geil geil ja ich probiere es jetzt noch hier ok knapp okay yo Yo! Nice! Hey, was wollt ihr machen? Einfach nur Beschleunigung! 3, 2, GO! Ciao! Tschüss! Safe! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Geil! Wir rein? Jo! Boah! Ha ha ha! Ja! Geil! Geil! Danke, Mann! Ja!